Und? Was? Ja praktisch. Achso, die geht auch sogar auf Möbel. Okay. Er hat mir eben gerade gesagt, dass die Soja auf die Küche oben war, auf der Ablage. Und am Brot. Also Brot oben liegen. Und sie ist hoch. Jetzt muss ich jetzt nur die. Mhm. So. Klein gemacht. Ja, filmen bei dem Toilettengang ist natürlich klasse. Das kennst du noch nicht. Was ist das Schlafzimmer? Nee, das kann ich. Achso. Da stand erst die Kommode. Denk noch nicht mal dran, ey. Das ist Katzenklo, oder wie? Ja. Ach, machst du dein Mal auf diesen Katzenklo? Nein, ich bin in einen Tag gekommen von Arbeit. Morgens. Ich wollte in mein Bett. Da hab ich gedacht, was ist denn das für ein Fleck? Achso. Hat die auf die Decke gepischt? Okay. Aber nur das eine Mal. Okay. Ich denke mal, das war Trotz. Weißt du, die hat das dann gedacht, wenn ich abends gehen wollte. Ah. Dann steht die vor der Tür und will mit. Okay. Okay. Also fällst du auch gerne Auto? So. Und dann sitzt sie schon auf meinem Korb. Okay. Setzt sie sich oben drauf. Okay. So. Und dann macht ihr ein Geschrei. Ich denke mal, das war Protest. Das war nur den einen Tag. Und ne, gut. Dann hab ich ihr die Tür zugemacht. Okay. Da hab ich gesagt, jetzt bleibt die hier. Hast du Pech gehabt? Ne? Das ist aber eine Hauskatze, oder? Ja. Die geht nicht mal auf. Die ist so teuer. Okay. Die kostet 500 Euro. Okay. Nein. 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 Ach, kannst du da durchgehen? Ja, ich muss mal. Ja, das muss ich zumachen. Den einen Tag bin ich hier und da war ich, ich denke, sie war hier. Ich glaube, jetzt hängt sie langsam an, aufzutauen. Ja. Ich weiß nicht, wie schrecklich ist. Stimmt's? Ja. 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 Das hat mich. Ja, das kommt so nicht rein. Ja. 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 Ja, das hat sie dann rausgezogen. Ja, hin, so eins dran. Ja, da hat sie es auch angehabt. Ja, da hat sie es auch angehabt. Ups Ups, ah Was wäre Weihnachten ohne Kinder? Auf my days Wie war der Name von ihr? Hoop Auf Hoop 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 Na gut es ist Komm Komm Die haben die immer gerufen Denn die haben ihr keinen Namen gegeben Weißt du? Okay Ich bin fertig Hm Ich bin fertig Warum nicht aufhörnnd War du Schluss mit mir? Mach dir Schluss mit mir? Du hast es zuerst Ich bin fertig Ich bin fertig Ich bin fertig